Guten Morgen, ich bin Lennart, ich bin aus Deutschland, wohne aber in Brasilien und ich möchte mich bedanken, dass ich das ausprobieren durfte, das 9-10-Made-Bett. Das habe ich gestern getan. Am Anfang habe ich nicht viel gespürt, dann habe ich etwas im rechten Knie gespürt und dann kam die Energie in die Füße. Aber das Auffälligste war, ich hatte dann einen Traum, wo ich als junger Soldat im Zweiten Weltkrieg war, wie mein Vater. Ich musste gebrauchte Patronen aus Gewehren und Kanonen rausholen und dann sah ich einen anderen Soldaten, der hatte so ein Maschinengewehr, das war wie so ein Bündel, ein Bündel aus verschiedenen Läufen, was es damals gab. Und er schränkte das in meine Richtung aus, wenn ich mit einer Entfernung, aber irgendwie habe ich dann quasi telepathisch geschafft, dass er das dann wieder in eine andere Richtung lenkte. Am Ende fiel kein Schuss und auch für diese Gewehre gab es keine neuen Patronen, also es war mehr eine Aufräumarbeit. Und dann kam ich eigentlich zu dem Schluss, dass das Mitbett mir eigentlich läuft, diese Ängste zu überwinden, die ich hatte und was mir am Anfang nicht bewusst war, was mich eigentlich dazu geführt hatte. Und am Ende habe ich das dann eigentlich sehr gut verstanden. Also ich möchte allen herzlich danken und freue mich, wenn er das anschaut. Vielen Dank. Vielen Dank.